Das war's für heute. Was war das denn? Sie spät in meine Gesichter. Oder könnte ich auch haben. Ich bin ein Hormunger und ein Wettbewerb. Kannst du mir vorstellen? Wett ist mein Forte. Ich muss sagen, Priscilla ist wirklich auf mich growing. Schrauben es. Und warum nicht du schrauben deine Pouten? Probe zu ihr, sie ist falsch. Das ist genau das, was ich zu tun habe. Ich habe immer schon erwartet, zu haben meine eigene Kabarett. Ein bisschen Schrauben und Pflaster und dieser Ort wird es sehr gut machen. Nur eine Hinsch. Ich brauche Korn. Also, wenn du einen Freizeit zwischen Drownern und Ekamajigern bekommst, kannst du vielleicht einen alten Freund helfen. dann ist mir aufgefallen, scheiße, du nimmst überhaupt nicht auf. Und dann bin ich wieder rausgegangen. Und deswegen haben wir jetzt diese kleine Diskussion nicht mitbekommen. Und darauf haben wir sich gerade bezogen. Ja. 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 Und dieses Ort wird noch besser sein. Ich versuche es. Das ist natürlich, wenn ich die Kosten zusammen mitbekommen kann, um etwas Remodeling zu schrauben. Wie viel brauchst du? Vielleicht kann ich dir die Korn. Danke, Geralt. Aber ich versuche, einen einzigen Korn von dir zu nehmen. Sie wissen, was sie sagen. Das kann ich sogar nachvollziehen. Das kann ich sogar nachvollziehen. Das kann ich sogar nachvollziehen. Das ist ein Name, wenn du es glaubst. Das ist ein Name, wenn du es glaubst. Sie hat einen Korn für einen Vater. Eine Korn von Zeracania. Und der Vater, hat eine Korn von Zeracania. will niemals seine Frau von Zeracania nichts. Wir können die Korn von ihr zerstören. Die Korn von Zeracania. Die Korn von Zeracania. Das ist nicht die Frau, die du abgeholt hast, ohne zu sagen ein Wort? Sie kam für eine Worte, ohne zu zurück. Ich kaufte das Worte für eine Worte. Das war ein lange Zeit. Das war lange lange lange. Das ist natürlich. Das ist deshalb, ich muss... ...drehen auf deine Autorität. Du hast etwas, du sagst. No matter was, du denkst. Okay. Tell me what you want. Got a feeling you've a plan all cooked up. Zeracania could still be holding a grudge after our unfortunate... ...parting. But, with a touch of help from you, I know she'll forgive me. And then give me that loan. What's this help entail? First of all, we need to borrow a dull sword from Madame Arena. One of her props. You know, the kind they use during performances? Get that, then meet me outside Sophronia's house. Let's say I agree, and go see Madame Arena. What will you be doing in the meantime? Something I have to finish. But I promise I'll do it before you come back with the sword. Then I'll tell you the rest. Fine, but... Geralt, the only buts in this plan will be the ones filling my seats. It'll work, you'll see. Get the sword from Madame Arena and meet me outside Sophronia's at sunset. The only buts. Yeah. The only buts. Yeah. What's he schemeed up this time? I feel like, when, 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 I'm doing well to do it? I'm not going to be the one at the side. I'm not going to be the one at the side. I'm not going to be the one at the side. I'm not going to go. The way I'm going to go. But I can actually no one from you, a friend Gads with me. Even the rain smells like this. No. Und das ist auch gut so. Es gab übrigens bei The Witcher 3 einen Safe... Ne, nicht einen Safe-Bug. Es gab vor allen Dingen einen Erfahrungs-Bug. Der ist immer noch nicht gefixt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber ich habe ihn Gott sei Dank nicht. Denn wie man sieht, leveln wir fröhlich weiter. Aber der ist echt ein bisschen blöd. Der Bug sorgt dafür, dass Leute keine Erfahrung bekommen. Und das merkt man nicht so leicht. Das heißt, es kann sein, dass jemand 5-6 Stunden lang spielt, merkt dann, oh shit, ich habe dafür überhaupt gar keine Erfahrung bekommen. Und dann hat er Pech. Wow. Jetzt ist ernsthaft das Spiel abgestürzt. Ich raste aus. So, da sind wir wieder. Mir ist gerade das Spiel abgestürzt, aber es soll uns nicht auffallen. Ah, so good to see you. Got a request. Need to borrow one of your props. One of the swords you use for stage battles. My. Whatever do you need that for? I don't know. But Dandelion claims it's essential. Oh, ja. Ich glaube, Master Dandelion könnte eine Hand in das haben. Ich hoffe, dass du nicht mit mir schausten könntest. Well. Danke. Ich versuche nicht, dass es sich verletzt. So lange. Guck mal, ob das tatsächlich funktioniert. Das ist halt der Shit, was wir hier teilweise verquetzt machen. Der große Monsterschlachter Geralt von Rebea. Rimpfgeber. Scheiße. Geralt auf jeden Fall. Aber für seine Freunde macht er alles. Und wenn das... Oh, ein bisschen Schlachten zwischendurch. Habe ich immer Spaß dran. Probieren wir da nochmal Axie aus. Ah, fuck off. So. Hätten wir das auch geklärt. Oh, da war gerade ein fliegendes Schwert. Boah, Geralt kann aber auch ein echter Jumper sein. Ja, Marsch. I smash your face. Ich denke nicht, Kollege Trencher. Hier beim... Nicht beim Schneider. Will ich schon wieder Schneider sagen? Wieso denn? Ach, nach Einbruch der Dunkelheit. Ja, okay. Da müssen wir ja gar nicht suchen. Ja, wobei... Die Sonne stand am Zenit. Ah, die Sonne stand am Zenit. Ah, endlich geschafft. Hör, hier ist der Plan. Sophronia loves adventure-filled Romance-Novels. Ich kann ein Hero in ihren Augen sein. Wenn ich sie einfach von einem Bandit abschneiden kann. Ich werde sie aus meiner Hand essen. Und es gibt keine Chance, sie wird mir diesen Lohn vergrügt. Du willst mich, der Bandit zu sein? Ich wusste, dass du das Gefühl in dir sofort sehen würdest. Bist du ernsthaft? Das ist dein brillant Plan? Ich habe es nie genannt, aber jeder Art Plan ist besser als Nen. Ich wusste es. Du hast geschrieben, was? So, du wirst, was zu sagen, während der Performance. Hier. Andromask, schau es auf. Sophronia kann dich nicht erinnern. Aber... Keine Zeit. Sophronia kommt. Stich zu dem Plan. Wir treffen uns im Morgen in Rosemary. Stich zu dem Morgen. Stich zu dem Moment. Was ist das? Hilfe! 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 Trimble, flaxen-haired wench. Und bow vor den Prinz von Thiebz. Nicht so schnell. Das ist die erste und letzte Warnung. Dandelion! Tis ich. Though die Schuhe der Stadt kenne mich, der Crimson Avenger. Nein, nicht der Crimson Avenger. Silence, Vermin. Du wirst du den Tag erinnern. Oh nein, er hat mich getroffen. Oh nein, du bist gut? Einen Schuss hat mich getroffen. Einen Schuss aus meiner Sammlung. Komm in, ich werde dich abbandieren. Geh weg, weile Bandit! Oder der Krimson-Avenger wird dich nicht schmerzen! Die Frauen hier sind echt fucking stupid. Ich frage mich, wie der das immer hinkriegt, dass die so viel Gutes von ihm denken. Obwohl es so offensichtlich ist, dass das einfach nur Lava-Backen-Schwächling ist. Egal, wir haben gerade unseren Stolz hinuntergeschluckt und unserem guten besten Freund einen Gefallen getan. So sind wir! Die Guten! Ah, der ist noch gar nicht da, war. Natürlich wird er dort jetzt erst eine Nacht verbringen. Oh, Soltan kommt gerade zur Arbeit. Es gab eine Verständnis. Du bist hier zu früh. Wir haben heute geschlossen, zu treffen. Wir sind heute gekommen. Die Bewerbungen sind alle geholfen und die Kruise sind oft in die Arbeit. Wir beginnen, sobald eine schöne Direktorin kommt, um die Dekoration zu entscheiden. Aber Dandelion doesn't even have the coin to pay you. Turns out he does now. Or soon will. At any rate, he's working on it. See, it's all peachy. So will you finally decide what style you want for this interior? Why are you asking me? Well, the lovely lady seems to be having a hard time deciding. And Master Dandelion said he was torn between boudoir style and theatre decor. But that he'd let us know just as soon as we arrived. Now we're here, but no decision's been made. And the lady's horribly surprised she's to choose. Though apparently this whole renovation's for her sake. For me? Well, it's not for me. Now, would you please decide where I bust a vessel? I've no idea what Dandelion would like. Gabor, you've known him longer. Say something. Boudoir seems like a better fit for Cabaret. Just don't go overboard on stuffed upholstery. A wonderful choice it is. Get the last. Gentlemen, you're done lollygagging. Get to work. Lollygagging. Well, well. Guess this Cabaret's the real thing. Ever since Dandelion inherited this place, he's talked about it constantly. I just never expected him to take action. And so quickly. Who knows? Might even settle down now. You'll have to keep an eye on the business. Who would have known? Despite what people say about him, Dandelion approaches life very rationally. We talking about the same Dandelion? A man who loses a fortune with half of Novograd in one night. Dandelion can also be responsible. He always pays anyone who works for a long time. And he's never missed a performance. Sure hope your opening won't be the first. He's still not here. Well, he said as soon as he got the coin, he go see Polly, our choreographer. She's missed the last few rehearsals. I certainly hope he's not gotten into trouble. Anything is possible with Dandelion. Let me see if I can't find him. What's the ruckus about? Polly and her halfbrained fiance. They're fighting. She's the only one in this town who knows anything about choreography. And that lummox won't let her work for me. Hold on. What are you doing here? We were gonna meet at the Rosemary. We were, but you didn't show. Priscilla started to worry, so I came to see how you were doing. Priscilla started worrying about me? That's so nice. Less for her than for you, I'm sure. So let's get back. Did you not hear what's going on in there? We've gotta help Polly. Why do beautiful women always end up with such dicks? No idea. Stand back. I'll break the door down. Wait. Do we have to destroy her house? She keeps a spare key around here somewhere. How would you know she keeps a spare key around here? It's not as if we started working together yesterday. Before Polly joined forces with Hubio... You'd visit her? Often? I'd hide out here while Priscilla and Polly rehearsed at the Rosemary and Time. They worked on the dance numbers. I composed. So Polly's not one of your... I never mix business and pleasure. The one exception being Priscilla. Who you were just saying is worried about us. So enough of the chatter and start looking. Okay. Let's find the key. Fine. Find anything. Not here. Not here. Versteck denn bitte seinen Schlüssel in nem Eimer. Egal. 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 Polly will come. Woah. What the devil is this? Get out of my ass. Watch it. And leave the woman alone. What the... She's my betrothed. But I'm not your property. I love her. I'll not let her ass in his brothel. I'll not let her sway her ass in his brothel. Woah. Slow down there a minute. This is clearly one gigantic misunderstanding. One I can clear up in the blink of an eye. Shove your excuses up your ass. Shut up or I'll split your skull. Ask nicely. But you just wouldn't listen. And I'm not the kind to give second chances. Stay out of this freak. Before this ends with you getting your head smashed in. Gentlemen, please. There it is. One word too many. Prüge. Come on. I'm sorry dear. Geralt can get carried away at times and... You know, maybe it's for the best. I felt no pity. No remorse as I watched you, Brawl. Can't help but think it means I've no actual feelings for Hubio. You're not mad? No. Grateful. I believe I needed a shock not unlike that one to understand that what I had with Hubio... Well, it wasn't working. Martin. I'm ready to try something new. I'd gladly start by choreographing your review. Excellent. Then I'll see you at the Rosemary and Thyme. Genauso hab ich mir dat gedacht. Hm. Guess not all women go for arrogant pricks after all. One swallow does not a summer make. So, time to head back? I've still got to stop by Rotlick's. Commissioned some new placards from him a while ago. But Hubio came across the old version. Plowing artists got some serious explaining to do. Who's Rotlick? Never heard of him? Hank Rotlick? Famous portrait artist? Commissioned a portrait artist to paint your placards? Henry's an old friend needed the coin. And I decided we needed new placards to promote the opening performance. Seats won't fill themselves, you know. I'll go see Rotlick. You head back to the Rosemary. Or Priscilla will have my head. Really? You'd go? No. Said that for the hell of it. Tell me where he lives. Portside. See you soon. Oh man, ey. Dandelion is echt. Ein kleines Würstchen, yeah. Ein kleines Würstchen, yeah. Ein kleines Würstchen, yeah. Aber ich kann's kaum erwarten, dass wir endlich nach Skelly gekommen sind. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich könnte auch einfach früher gehen. Und dann für andere Sachen später hier hin zurückkehren. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir Triss Merigold nicht zu Kamo hinschicken konnten. Das wär geil gewesen. Da warten ja bisher nur Kira und Letho. Oh. Hey, Whitey. Find your hair door, White. Looking for Rotlick? You ain't alone. Damn halflings in debt to half the city. But I'm here to scrape mine for the carcass is picked clean. It's not enough for everyone, so bugger off. Feeding times first come, first served. You're not gonna rob him. Strange. Don't recall asking your permission. Get him, Fred. Bad idea. Bad idea. Ich hab' mit meinem Schwert nicht in die Schmutz. Aber hier. Inmacht. Ja, ich sag' meinen Schwert nicht in die Tasche. Ich sag's mir. Die. 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 Schrauben. Ich sag's mir. Diese. Die. Nimm das! BAM! Oh Gott, jetzt müssen wir auch noch bis zu dem Anwesen. Leck mich am Arsch. Aber kein Problem! Das schaffen wir schnell! Viele alte Menschen! Beim Pferderetten... äh beim Pferderetten! Er wird wahrscheinlich all sein Geld feilen! Oh Scheiße! Ich wollte... ich wollte ausschließlich... ich wollte doch nur... Ich wollte nur sprinten! Das war nicht der Plan! Da hätte ich gut absteigen können! Wo gehst du? Ah! Wir schubsen alles und jeden weg! So, da sind wir wieder! Seid ihr mir jetzt nicht mehr böse bitte? Ich bin noch ganz lieb weggerannt! Was war das? Na, wo sei der denn da? Anwesen der Wegelbunds! Die Säcke! Das war die Partymeile hier, oder? Wie war das? Ist er da unten? Natürlich nicht! Die Partymeile von Temerien! Ach komm schon! Ach jetzt ernsthaft! Ach jetzt ernsthaft? Du hast gehört! Du hast gehört! Einem Kobalt! Einem Kobalt! Einem Kobalt! Einem Kobalt! Einem Kobalt! Sieht ihr in der Welt! Sieht ihr, Rottlick? Henri Rottlick? Artist, Pferd, Defter und Martyr zu meinem Art! Auf Ihren Service! Dandelion schickt mich! Oh ja! Sag ihm, seine Plakarten sind sicherlich weggezogen! Aber ich kann sie nicht holen! Ich kann sie nicht holen! Als ein Grupp von krediterinnen und krediterinnen hat siehst in meinem Haus! Ich denke, dass ich einen von ihnen habe gehört. Dann wissen Sie meine Predikament! Und jetzt, Count de Louverton hat mir die Chance gewonnen. Ich bin ein Wager auf eine Runde! Generös. Nicht nur jemanden kann das tun. De Louverton ist nicht nur jemanden. Er ist Duke Sam's jüngst. Er ist ein Kind, Sam, von der gut-known Familie von gem-dealer. Er ist eine Rechte, die ihm nicht mehr von ihm macht. Was ist da, was zu beschäftigen? Was ist da, was zu beschäftigen? Das ist deine Chance, um zu verabschieden, um eine clean-slaute zu machen. Er hat ein Schmerz zu verabschieden. Er hat sich eine Schmerz zu verabschieden. Wenn ich mit dem Leverton zu verabschieden, dann werde ich ihn verabschieden. Ich werde ihn mit ihm in der Zeit verabschieden. easy peasy werde ich hier gewinnen Okay, das war schon mal ein schlechter Start zugegeben Haha, überholt Oh, haha, frame drops Ich glaube, der Wichser ist direkt hinter mir Ich habe mittlerweile einen sehr, 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 sehr guten Sattel Ich muss wieder warten Ich muss wieder auf eine Stelle warten, wo ich den Typ hinter mir blockieren kann Ich weiß nicht, ob das hier so gut funktioniert Ich muss jetzt hier Ah, da ist es ja Easy peasy Das ist ganz gut, weil wir haben hier oben ja auch eine Quest Na, geht doch Der Rennleiter will was von uns Aha Nö Ein andermal Jetzt will ich gerade lieber zurück zu Rittersporn Und hoffentlich eine coole Vorstellung sehen Aber Gott sei Dank bin ich nicht gestorben Ich war kurz davor Wir haben hier außerdem noch Punkte mit Anschlagebrettern Die wir noch nie besucht haben What the fuck immer noch Jetzt nach Über 50 Stunden Spielzeit oder so Ach ja It's the Witcher, my friends It is riesig Boah, heute ist der Tag, wo der Fallout 4 Trailer veröffentlicht wurde Also ihr könnt euch denken Ja, ich nehme mal den Voraus drauf Weil ich dieses Spiel liebe Ähm Und holy moly Freue ich mich auf dieses Spiel Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen Aber es ist Recht offensichtlich Dass es immer noch die alte Engine benutzt Gamebrio oder wie die heißt Und Das ist nicht meine Lieblings Engine Ich hoffe, die haben das gut hingekriegt Also es wird optisch definitiv keine Witcher Davon können wir schon mal ausgehen Dafür ist der Trailer auch zu ehrlich Und das ist eine gute Sache Ähm Aber was vor allen Dingen wichtig ist Bei dieser Gamebrio Engine Ist halt Das Kämpfen Und die Inszenierung der Gespräche Waren bei Skyrim meiner Meinung nach Nicht optimal Also Schwertkämpfe waren Komisch Hat nicht den Impact Bin mal gespannt, wie das los war Aber eigentlich würde ich jetzt gar nicht Über Fallout reden Sondern Ich will mich mit Der Sporn freuen Oh, das sieht doch ganz gut aus Melancholisch Es braucht eine kleine Kugel Aber ich wollte es Es ruiniert alles Wir beginnen Ein E-Mail Well, well See, die Crew hat sich sehr hart Es ist nicht schlecht Nein, nein, nicht alle Aber ich würde etwas mehr Ich würde sagen, etwas mehr Du weißt, etwas mehr Theatrical Was für Rotlick? Was für Rotlick? Hast du die Placards? Rotlick sagte, er würde sie auf seine eigene Bevor es nun Great The best way I can think of To promote the chameleon Never mentioned wanting to change the name Rosemary and Thyme Wasn't all bad But It conjured images of Temerian cuisine Served by waitresses In peasant garden Chameleon's a lot better For a cabaret Apart from which It emphasizes that the place Has undergone a transformation Ich weiß, es ist nur ein besserer Ring für ihn. Was für die Choreografie? Was vorbereitet für die Öffentlichkeit? Wir haben es nicht. Aber Polly hat es! Sie ist priceless! Sie kam in und kam die Mädchen in der Reihe bevor ich singe Knickers! Die Zuschauer haben sie auf ihren Fuß, auf ihren Knochen, beide auf der gleichen Zeit! Ich glaube, alles ist bereit. So, wann die Öffentlichkeit? Soon! Wir starten unsere Dressrehearsal in eine Stunde. Ich brauche nur nach Hause für meine Dress. Danke für alles. Es nötig nicht. Es scheint, meine Kabarett-Dremen sind zu sein. Also, um zu feiern? Ich kaufe. Warum nicht? Das ist mein Junge. 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 Gods. Priscilla. Is she gonna live? Well, I'd say that's certain. Her condition's critical but stable. Beg your pardon, but you are a relative? Relative? No, a friend. A very close friend. Dandelion, correct? She uttered the name in her few moments of lucidity. I am Joachim von Graetz, head of surgery. Until recently, a lecturer at Oxenfurt Academy. Enough of the courtesies. What are her injuries, besides her eye? A concussion, cranial swelling, incision into her larynx, and scalding inside the throat and esophagus. Clearly someone forced her to imbibe a caustic fluid. So this was no ordinary attack. No robbery. Clearly not. It was the act of a demented mind. And not its first. How can you know that? I've seen wounds like this. They're not the kind one would forget. Don't you agree? In fact, just this week, a corpse turned up in the morgue with similar injuries. And no heart. No heart? You mean that might have happened to Priscilla? Is someone looking into this? This is Novigrad. Only the innocent burn here. Geralt. I know I owe you a hundred times over, but I need to ask you another favor. Find the bastard who did this. Find him. And kill him. Don't need any convincing. Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I... I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Doing so could very well provide some clues. No need to look astonished, gentlemen. As a surgeon, I know the importance of preventive medicine. Rather than wait for this maniac to strike again, I'd prefer to excise him. Not unlike a tumor. Great analogy. But this tumor's not gonna sit there, wait to be excised. Appreciate the help, but I doubt you know what you're getting yourself into. I know perfectly well. And I assure you, I can take care of myself. Easy assurance to make. Harder to back up. Especially if you've spent your whole life wielding a scalpel, not a sword. Look at this scar. Don't be shy. Any idea what leaves such a mark? A flail. Morningstar, maybe. What do you think? A blow sustained at the operating table? No. Let me repeat. I know what I'm doing, and I wish to help. Okay. Think they'll let me into the morgue? By the main entrance? Certainly not. But you can also get inside through the sewers. The sewers? Travel them often, doctor? As often as required for, uh, the pursuit of preventive medicine. Alternative treatments. Aggressive ones, I'm guessing. Interesting. We can discuss this on route. Are you ready? Mm-hmm. Ready and intrigued. I'll get whoever did this dandelion. Even if it's Hierarche, Hemelfort himself. Thanks. Krass. Und hier saß ich enttäuscht von der... Langweiligkeit von Rittersporns Quest und dann entwickelt sich so... Lol. So, preventive medicine you practice in the sewers. What's that about? Think. Sewing up, drowner victim is... Hear that? I've been hearing it for a while. Draw your weapon. Er fehlt also ertrunken, ne? Oh, ein Wasserleib, ne? Oh, mein Gott. Danke für die Hilfe, Joachim von Graz. Damn it. Blast it. I kill one, another takes its place. I know how you feel. Believe me. Where to now? Up? Yes. It's not far now. Priscilla. How's it look? Give it to me straight. No sugarcoating. Her wounds will heal. But it's her voice that concerns me. Surely you understand what a terrible blow that would be to a Trobritz. Enough, to strip her with the will to live. Any remedy for that? I fear. Only your friend Dandelion can be a help on that count. Wieso das? Take the ladder. Okay. Inwiefern kann Rittersporn ihr denn da bitte helfen? Come, the quicker we take care of this, the better. Why? Got somewhere to be? Someone might disturb us. The coroner, for example. Or Reverend Nathaniel Astody. Very well. Wait. Wir haben die komplett die falsche Quest ausgewählt. We seek the corpse of a dwarven woodcarver. Das war erstaunlich einfach, Leute. No, it's sticky with sap. Must be our dwarf. Excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood. Not a bit. Start the autopsy. Where? Let's look at his head. Hair smells like it's burnt. Like he was in a fire. Notice anything else? That his eyes have been scooped out, for instance? Those burn marks I see in his eye sockets. Yes. And some grey dust. Ash, it seems. Very fine. Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. So it seems. Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened. Let's examine the mouth. Burns. Blisters. Just like Priscilla's. See this? Incision made into the voice box. Indeed. So thin as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp instrument. Scalpel. But why? The wound is too small to bleed. And there are signs of swelling. The murderer... I believe he performed a tracheotomy. So the victim wouldn't die too soon. Huh. Let's examine his torso. What have we here? Deep wound on the left side of his ribcage. And a scar the length of his stomach. Let's examine the chest wound. Yeah. Heart carved out. Wound cauterized. Wait a minute. There's something else. Das neue Chirurgie-Werkzeug hier im Einsatz gerade. An egg from an amphibian. A salamander? Scorched but intact. I attended some lectures in herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Professor Cochran was deeply mistaken, or this is our murderer's doing. Das ist crazy. Look at the scar. Wounds long and thin. An incision. But the edges are ragged. Means nothing. Look, no swelling, no bruises. An old injury, perhaps an accident in the workplace. Open the abdominal cavity. A dew warning, it will stink of rot. Once fought a zoogle up to my waist in sewage, so I doubt... Wait. Smells not rot. Formaldehyde. A medical novelty. Heavily diluted, it's remarkable at preserving organic tissue in stronger proportions. It's more destructive than acid. Explained, why there's no smell of decay and why his throat skalded. Look at his hands. These welts. Rope burns, right? He was tied up. I'd expect so. No one could sit through such torture unless bound. Speaking from experience. Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretagore. Long story. Some other time, maybe. See the callous? Our dwarf wore a ring, but someone took it off him. See anything interesting on his legs? His right foot. The ankles swollen, toenails broken. He clearly kicked something very hard. Right before he kicked the bucket. Doesn't strike me as the right time for jokes. Apologies. We surgeons. We have a different sensibility. And a different sense of humor. So good to let's. We ought to inspect those. I sincerely doubt they bear any relation to the matter. We'll see. Pull down his trousers and shit. Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. All right. Think I know enough. Enlighten me, please. Because I've still no notion what this is about. What the motive might have been. It's some kind of sick ritual. You saw it. Burns in the eye sockets. Cavity where the heart should be. Scalding liquid. All centering on warmth. Heat. Fire. A fire eternal. It's a lead worth following. Any idea what his name was? Fabian Meyer. And I'm Hubert Reich. The coroner. I've come to perform the autopsy. But I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere where you're neither needed nor wanted. Drag others into trouble in the process. Who is this? A student. Lifelong learner. Got a couple questions for you. Very well. Speak. But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. You'll be here shortly. You old friends. Hubert taught me the rudiments of medicine. Long ago. And not very well. You've still not mastered certain basic principles. For example, that a doctor's role is to treat the ill, not save the world. You've not changed a bit. A compliment? No, a statement of fact. 30 years. And you've not changed a bit. Der sieht tatsächlich ganz schön jung aus. Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the Market Square, just beside the gate of Far Corners. That poor Trebyrith was attacked there. Cities abuzz about it. But the woodcarver, Eustace the corpse collector, brought us the body. You should speak to him. Saw him just around the corner, near... Oh, greetings, your reverence. Who are these people? I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Here to collect the body. Out of the question. Show them out at once. As your reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route. Why'd you cover for us? I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. But you didn't give that a thought, did you, Joachim? As ever. Well, while I don't approve of your willfulness, I also wish to see this murderer hang. So, should I learn anything new related to this case, I will let you know. Hmm. Thank you. Das ist faszinierend. Nathaniel, who is he? A scoundrel. A rogue. Like every man who wears the robes of the Eternal Fire. Most are scoundrels before they ever put on the robes. True in his case as well. Before he donned the frock, Nathaniel was a torturer. Delighted especially in torturing women. Later, Hierarch Hemelfart appointed him to oversee the morgue. He deals with the temple guard, supervises cremations, conducts funeral masses in the temple on the isle, and so forth. Hmm. Dream job. Might have told me you know the coroner. We could have skipped the trip through the sewers. I know him, thus I avoid him. I've said enough on the subject. Don't aim to press you. Thank you. I've nothing to hide. It's just an old wound. Unhealed as yet. What will you do now? Plenty of leads. Woodcarver's workshop. The corpse collector who found him. Alley where Priscilla was attacked. Got work to do. As do I. At the hospital. I must return there. But I shall keep my fingers crossed. And I'll keep my eyes on you. Was hier abgeht. Was hier abgeht. Ein wahnsinniger Mörder ist in Novigrad unterwegs. Und wir erfahren erst jetzt davon. Wir werden ihn finden. Und zur Rechenschaft ziehen. Aber erst in der nächsten Folge. Als Maulkamer-Diener. Genau. So will ich das nämlich sehen. Haha. What the fuck is los mit den Leuten? Willst du auch in mich reinlaufen? Da, zack, in mich reingelaufen. Hab's genau gesehen. Es könnte ziemlich profitabel sein. Ja, es könnte ziemlich profitabel sein. Wenn ich dir aufs Maul haue. So, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Hey! 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 Untertitelung des ZDF, 2020